Meine Freundin, gut und dir? Nichts gut, warum? Bald Silvestern und Weihnachten und du noch nichts wissen, was für deine Deezer kaufen. Ob ich dir vielleicht was empfehlen kann, du richtige Person anrufen. Ich habe gleiche Probleme gehabt, glaube mir. Ich überlege, was kaufen. Normalerweise diese gar nichts verdienen. Nicht mal ein Euro. Investieren in diese. Aber jeder kaufen, ich muss auch was kaufen. Und was kaufen? Diese alles haben. Auto haben, zwei Handys haben, Klamotten haben, Parfüm haben, alles haben. Schminke, Regal voll haben. Und dann hier auf Idee kommen, ich kann ja kaufen für diese. Guck mal, ich zeige es bei dir auf Kamera. Guck mal, von Ikrinka. Und super Verpackung, Guma Kaviar Collection. Gerade Gips zu bestellen, für guten Preis. Und nicht bestellen. Ah, diese 100% freuen. 100%! Einziges Problem, ich muss bis Silvestre irgendwo verstecken. Wenn diese finden, sofort aufessen. Meine, diese sehr guten Appetit haben. Ich muss ein paar Tage noch aufpassen, sonst. Also ich kann dir das empfehlen. Deine, die ist auch 100% zufrieden. Meine Freunde.